Okay, den zuerst. Okay, den. So, so. 14. Probieren wir erstmal so und setzen die Forschungskonsole des Operations, und zwar das Galen Navigation Research Station. Setzen wir so hin. Und wenn wir das haben, dann ist unser nächstes Ziel ist auf jeden Fall ein zweites Mininglaser, damit das alles mal ein bisschen schneller geht. Wir haben nur noch plus ein Evade. Also das könnte jetzt... Okay, sehr schön. Boah, da hat ganz schön die Hülle gelitten. Das schieben wir erstmal nach oben. So. Den probieren wir mal. Was kommen denn da für große Dinger? Oh, der ist aber auch groß. Guck mal, der geht an uns vorbei. Dann müssen wir den hier probieren. Aua, 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 Aua. Weichern, das machen wir gleich. Ähm. Ähm. Jetzt. Komm. Jetzt. Die kaputt. Oh, der Korb brennt. Ah, die löschen viel besser. Scheiße, die Konsole ist kaputt gegangen. Wer sehe ich gerade. Na gut. Moment, wieso haben die da um die Ecke nicht gebaut? Haben sie nicht genug Material gehabt? Okay, die Forschungskonsole war schade. Oh, da ist der Boden kaputt. Kann man den bitte zuerst reparieren? Komm. Und da müssen wir auf jeden Fall speichern. Nix gescheites drin. Da kommen wir nicht hin. Kommt da noch was? Ne. Wir sind noch bei plus eins. Ich weiß nicht, wird das jetzt durch die Forschungskonsole schwieriger? Strom und so sieht alles noch cool aus. Und können wir eigentlich schon mal hier einsetzen. Ähm. Wo ist denn unser Forscher? Jack ist unser Forscher. Science. Und wir gehen in den Small Reaktor. Das heißt, wir gehen auf Engineering. Die Lupe. Ja, steht schon standardmäßig. Alles klar. Gut. So. Müsste Jack direkt anfangen zu forschen. Genau. Sehr geil. Sehr gut. Achso. Ähm. Safe. Läuft mit der Synapse R4. Läuft auf jeden Fall jetzt besser. Ich bin sehr glücklich gerade. Wenn wir da zwei Punkte haben, dauert es einen Moment. Müssen wir später mal reingucken. Rotes Dingsbums ahead. Genau. Nennt sich auch Planet. Hm. Jetzt könnte es sein, dass wir springen müssen. Wir sind aber noch bei plus eins. Das ist alles cool. Neutral. Sehr gut. Ähm. Sell. 18 Worte haben wir nicht. Buy 20 foot. 260 Credits. Mache ich. Ähm. Da haben wir auf jeden Fall erstmal eine Zeit lang Ruhe, bis wir uns soweit etabliert haben. Und ich sag mal, wenn wir jetzt einen Garten, also dieses Pflanzbeet machen würden, dann hätten wir auf jeden Fall mehr Sorgen, weil das auch nochmal Wasser verbrauchen würde. Okay. Das wird jetzt schwierig. Aua, Aua, Aua. Oh, hat gar nichts gemacht. Das nehmen wir noch mit das Wasser. Sieht doch ganz gut aus. 22 Essen, 19 Wasser. Sehr schön. Nils Unger. Grüß dich. Habe ich gar nicht gesehen, mein Lieber, wenn du da bist. So, wie sieht es aus mit Research-Punkten? Einen. Bald haben wir zwei. Dann können wir den Reaktor bauen. Dann warte mal, dann machen wir Floor, machen hier schon mal einen hin. Dann können wir nämlich einen Reaktor in die Mitte bauen. Ich muss das weiter ausbauen. Das muss breiter werden. Sonst kommen wir nicht vorbei. Ein weiterer Monat im Kollektiv. Mifidus, vielen Dank für 21 Monate. Wow, schon 21 Monate. Auf die nächsten 21. Würde mich sehr freuen, Mifidus. Schön, dass du da bist. Stimmt, mir fällt gerade ein. Die Hülle ist so, wir haben ja das Hirnsturz. Ist das vielleicht das Geheimnis, dass wir nicht in Hirnsturzfarben fliegen? So, jetzt sind wir auf jeden Fall orange. Schon mal besser. Man kann das Spiel auch schon auf Deutsch spielen. Ja, aber das Spiel auf Deutsch ist massiv schlecht übersetzt. Außer die haben jetzt was geändert. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber am Sonntag war das noch schwierig. Sehr schwierig übersetzt. So, warte mal, jetzt haben wir hier Platz. Wir haben auch die zwei Punkte. Das heißt, wir können den kleinen Reaktor freischalten. Und so ein Ding hier hinbauen. Ja. Ich glaube, ich baue erst mal den Gang hier aus. Ach, der braucht 20 Eisen. Alles klar. Ja, Herr Kommissar. Deswegen wird er nicht gebaut. Dann können wir das auch erst nochmal abbrechen. Können sie das Zeug nämlich für Reparaturen verwenden. Oh, süß. Guck mal. Ein Mini-Stern. Gott, bist du niedlich. Jetzt verbrannt. Oh Gott. Shift detected. Jetzt wird es interessant. Naja, wenn es kommt, können wir immer noch springen. Oh, komm rein, Digga. Wir müssen vielleicht gleich wegspringen. Ah, Neutral. Sehr gut. Können wir jetzt nochmal langsam auflassen. Einen Crewmember können wir uns eh nicht leisten. Bye, bye, self. Hier haben wir nicht. Wasser, 17. Nee. Können wir nicht gebrauchen. Bringt uns gar nichts. Call im Zombie. Hi. An die Hirnschaft. Können sie wegschmeißen. Gut, wir brauchen irgendwie... So, ein bisschen schneller laufen. Wir brauchen nämlich Eisen. Oder wir kaufen jetzt 5... Hm. 13 Credits. Wären wir fast pleite. Hm. Ich überlege jetzt gerade, wenn ich jetzt... Soll ich Eisen kaufen? Mein 15 Eisen abbauen ist... Müssen mal einige Asteroidenfelder durchfliegen, ne? Wäre schon nicht schlecht. Hm. Die Frage, ob sich das lohnt. Preislich gesehen... Puh. Hm. Was ist das? Hm. Ich warte jetzt drauf. Ich habe jetzt genügend zu reparieren. Wir haben keine Notwendigkeit, schnell auszubauen. Reicht hast du nicht bekommen? Was für eine Nachricht. Ah, Moment. Engineering. Warte mal, Moment. Ist das überhaupt richtig? Ja, eine Medium Engine wäre vielleicht nicht schlecht, oder? Mit drei Punkten. Oder Medium Solar Panel. Willkommen bei den Synapsen. Willkommen im Kollektiv. Keiji Tsukiyami. Dankeschön. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für deinen Support und deinen Subscribe. Willkommen bei den Synapsen im Kollektiv. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Keiji Tsukiyami. Hi. Holz kommt aus Drinnenfeld. Jetzt hole ich mir Eisen. Gegen Stream-PC. Achso, ja. Moment. Langsam. Jetzt kriegen wir auch nicht Eisen. Das hätte ich gern. Ich belege gerade, wenn ich den Kram ausbaue, hier komme ich ja gar nicht vorbei. Gut, ein sehr asymmetrisches Schiff, wenn ich so weiterbaue. Weil da müsste ich ja den ganzen Kram wieder entfernen, wenn ich hier einen Gang hochmachen wollte. Ich glaube, das ist mit dem Gang lasse ich den Bau hier oben lang. Fingol, Finnel, äh, Gott, das ist ein schwieriger Name. Fingol, Finnel, Saar. Ach nee, jetzt kann man da oben. Guck mal, Fingol, Fin, Elen, Saar. Dankeschön. Eigentlich schon viel länger. Dankeschön. Vielen Dank für den Resub. Schön, dass du da bist. Warte mal, warte mal, warte mal. Weapons. Laser Turret. Die machen gar nicht so schlecht, gell? Die machen noch mehr Hitze. Wir brauchen unbedingt Eisen, damit wir diesen verkackten Reaktor bauen können. Dann können wir uns nämlich auch noch ein zweites... Okay, ganz viel Eisen, damit wir gleich reparieren können, wenn uns der riesen Felsener trifft. So, den brauche ich gar nicht anfangen hier. Nix kaputt machen, bitte. Okay. Sehr geil, sehr geil, sehr geil, sehr geil, sehr geil. Und schmilze, und schmilze. Cooler Scheiß. So, jetzt machen wir erst mal Strom. Small Reaktor. Zack. Der müsste jetzt gebaut werden, oder? Ja. Wo war denn das Ding, was Luft wieder reinpumpt in das Fahrzeug, äh, in das Fahrzeug, sag ich? Operations war es nicht. Furniture war es nicht. Weapons war... Nee, war es auch nicht. Defense. Da braucht man ein bisschen mehr zu, um das Schild zu machen. Life Support hieß das, gell? Life Support, hier. Ähm, wir werden auf Utility umschwenken und holen uns da zwei Punkte. Ja. Das ist nämlich wichtig, falls hier doch mal ein Feuer ausbricht, ich evakuieren muss, haben wir keine Chance, Sauerstoff wieder in die Karre zu pumpen. Ah, sehr gut. Hm, haben wir noch was Kleineres, was kommt? Den können wir eventuell kriegen. Müsste ich eigentlich auch hinkriegen. Gleich haben wir Strom ohne Ende. Hoffe ich. Komm, Platzer. Gabutt. Muss man ein bisschen Hitze verteilen an so einem Asteroiden. Okay. Ich geh mal da oben drauf. Gibt's noch bessere Abbaulaser? Nee, nur mehr. Und du kannst irgendwie den, den, den verlängern. Kannst du praktisch die Reichweite von dem Mininglaser verlängern. Komm. Geh kaputt. Entschuldigung. War vielleicht jetzt ein bisschen laut gerade. Ach. Gehen zuerst. Okay, da ist nichts drin. Wasser. Ja, plus eine Welt, den brauchen wir auch, ne? Ich glaube, ich baue noch weiter nach rechts aus. Wir sind jetzt bei plus eins. Das Problem könnte jetzt nur sein, wenn ich jetzt noch weiter dazu baue, dass der plus ein Evade verpeist, der geht. Ja, genau. Kommt ja gerade von solche Marien. Ein weiterer Monat im Kollektiv. Mabas. Dankeschön für acht Monate. Vielen, vielen Dank. Jetzt sind es schon acht Monate. Und ich lese den Chat. Jetzt sind es schon acht Monate. Mach weiter so. Seht ihr gerne. Müsst du ihm zu. Und YouTube zu. Dankeschön, Mabas. Schön, dass du da bist. Ah, Asteroid kratzt zur Hülle. Die Frage, wenn ich absetze, wird dann trotzdem geschmolzen? Wenn das jetzt mal nicht ein feindliches Schiff ist. Könnte jetzt gut sein. Zwar gleich springen müssen, aber mit einem Baum ja auch nichts. Sehr gut. Chip ist an Intercept Cores. Und wo kommt's? Chips. Jetzt. Neutral. Perfekt. Wir können Jack verkaufen. 19 Eisen für 143 Credits. Nö. 19 Silizium haben wir gar nicht. Ne, okay. Lass mal. Also ich würde sagen, ich baue jetzt lieber mal nicht aus. Aber wir können noch eins machen. Wir können noch mal speichern. Ich baue jetzt nicht aus, bevor nicht das feindliche Schiff zum ersten Mal kam. Sonst, äh, wir müssen auf jeden Fall da noch ein Triebwerk einbauen. Wir können aber vielleicht doch mal hier auf jeden Fall noch was dranbauen. Mal, wenn wir hier Remove sagen. So. Können wir das hier oben erweitern? Oh, jetzt wird's heiß. Ich hoffe die... Nein, danke. Ich hoffe, dass hier jetzt genügend Ingenieure... Nein, die können auch so... Sound. Was sind die? Chip, 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 chip. Jetzt haben die Laser. Okay, man, kriegen's mal löschen. Das ist schon mal sehr cool.